Wie arbeitet ein Sonnenscheinaudograf? Ich begrüße Sie. Wie arbeitet eigentlich ein Sonnenscheinaudograf? Ein Sonnenscheinaudograf ist im Video hier ersichtlich. Die Glaskugel fokussiert die Sonnenstrahlung auf einem Messband. Ist die Strahlungsenergie richtig hoch, wie jetzt im Beispiel, dann wird in dieses Pappband ein Loch eingebrannt. Somit erfolgt eine ganztägige Aufzeichnung der Strahlungsintensität im sichtbaren Bereich mittels des Sonnenscheinaudograf. Einfach, aber genial. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Strahlungsintensität Die Strahlungsintensität Die Strahlungsinnen und Krause